Und damit wünsche ich euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online und wie ich es letztes Mal vergessen habe mit dem Mozart LP. Hi. Hi. So, wir sind jetzt hier in den Petalburg Woods sind wir hier. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier an den ersten Trainer wieder kaputt zu machen. Warte mal, you have to try to have a mushroom here. You have a tiny mushroom 3 of it. Was, do you wish to use a Paras or Parasect to induce the mushroom to stimulate the crew rate of the ... Hab ich jetzt die behalten? Warte mal, bevor du weiter rennst. Äh, mh, 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 mh? Weiter die mushrooms. Bin ich blind? Hast du auf ja geklickt oder auf nein? Ja gedrückt. Ach da, Tiny Mushrooms 3. Ah, kann ich nochmal anklicken? Warte mal, oder kann man jetzt die Pilze fahren, Alter? Was geht denn hier ab für eine Show? Warte mal, das hier auch noch. Okay, alles klar. Nee, gut, dann fangen wir mal an hier mit dem ersten Trainer. Der Jimmy. Hallo, Jimmy. Also, wie gesagt, wir sind jetzt hier derzeit in Höhen. Wir haben neue Starter-Pokémon. Wir haben jetzt ein Meryl, ein Zickzagon, ein Pochania, Meryl im Wurmbl und ein Lieben, äh, ein Lieben, ein Kindwurm geschenkt bekommen von dem lieben Zicku. Nochmal so angewähnt, weil wir haben leider, leider, leider in Kanto unsere Leftovers vergessen und ja, also alles, was wir brauchen eigentlich, haben wir da drin gelassen. Aber gut, das ist, ja gut, ne? Wir versuchen es halt ohne. Also, das ist ja nicht geplant, aber wir versuchen es einfach mal ohne. Mal gucken, wie es funktioniert. Eioioioi, wird der sein Wundel ist ja schon, ne? Echt? Wäre schon ganz schön krasser, ey. Find's denn richtig krass? Wurts besiegen. Eins halt jetzt? Nein. Okay. Oh, schon fertig. Was, bist du schon durch? Ja. Wie viele Trainer? Hä? Alter, das ist nur Waumpilz. Waumpil, auf der Wittererei. Alter, ich bin doch, ich habe gerade den Zweiten besiegt. Was kämpfst du, nur mit Kainform? Nein, mit Rals. Achso, ja, toll. Trotzdem, ich mache halt ein Meryl. Meryl Level 5. Alter, wir können es schaffen. So, sein Wurmbil ist besiegt. Jetzt kommt noch sein Wurmbil. Watersport. Warte, was ist denn? Watersport. Oh, die Attacke ist wirklich lang. Klasse. Ich brauche es nicht zu fangen, weil ich weiß, weil ich das selber bekomme. Also, es ist einfach ein Waumpil entwickeln muss. Mhm. Und wir nutzen derzeit, falls es wen interessiert, wir haben einen Discord-Server. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe den kostenlos gekriegt. Oder ich weiß nicht, ob das generell kostenlos ist. Ich habe den mich einfach mal da angemeldet. Einfach mal ein Ding erstellt. Das ist alles in der Videobeschreibung drin. Und wenn schon, wenn dann auch in der, ich sage schon, in der Kanalbeschreibung. Oder Kanal-Impf, wie man es sehen möchte. Hier haben wir keine Chance. Wir haben run away from the white Pokémon. Ja, die Pokémon müssen wir alle noch trainieren. Bisschen, das ist hier. Aber ich renne mal kurz mit kein Wurm durch. So. Hoppla. Ich bin noch teufel. Oh, na toll. Alles von vorne. Okay, die Pilze kannst du nicht abernten. Schade. Hey, wir füllen. Oh, was ist denn hier? Hey, kid, what do you want to do? You're against me or no, you're in trouble. Oh, nee. Numel. Haben wir aber schon. Laut Pokéball haben wir den schon mal gefangen. Wie gesagt, der Blub, der ist immer noch weit vorne. Da müssen wir erstmal noch ihn wieder einholen ein bisschen. Aber der hat schon ganz gut, ganz schön guten Vorsprung. Mal gucken, ob wir ihn auch einholen können. So, Numel ist besiegt. Who are you? I think there's some sound sign. What's going on? Unity, bist du Traitor? Oh, das können wir aber hier ist pretty strong. Okay, so Diesel kommt. Hä? Ich habe die Chance. Ich durfte ihn. Okay. Bist du hier oben auch? Ja, da spielen noch gerade mal Numel. Ja. Hast du, hast du mich gerade gar nicht gesehen? Dann darfst du nochmal gegen Magma, also Aqua kämpfen. Team Aqua. Die sind hier wahrscheinlich auch eine große Nummer. Heute macht er es schon. Aber, ja, kein Punkt macht es hier bei mir. I want to remember them. Hm, 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 hm. Das ist ein new champion of YOTO. If you read all no Pro Nios. Ja, sie wissen, wer ich bin. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, hm. Was ich finde, das ist gerade sehr schlecht. So, die sind weg. Was ist das für ein Typ? Danke so much. This is a great ball of scaturation reward. I wonder this is a strong ground one. Do you want to call me a traitor? It's the same time my life. Wait. They say they wanted to roast... Boah. Okay, die sind jetzt alle weg. Warte mal. Äh. Komm mal da unten hin. Ne, warte mal. Ich bringe jetzt nicht runter. Alter, diese Moschroms, ne? Ich glaube, die bringen Geld. Ne, auch geil. Das ist ja gut. Was du nur gesagt hast. Alter. Das ist nice. Das gefällt mir. Äh, you found a Pokéball. Alter, ich werde die Folge Pilzfolge nennen oder so. Pilzfolge. Keine Ahnung, ey. So viele Pilze wir wegkriegen. Ah, da habe ich ja schon. Äh, und schnell rüber hier. You found a power lies here. One of them. Noch ein Trainer. Das ist Freddy. Uh, uah. Okay, warte mal. Ist der Schneider? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ey, das ist doch mal nicht so blüm. Du kannst es ne... Also hier. Du kannst es jedes Mal wieder benutzen. Er ist mein Freund, ey, Pokémon. Ja, ja, später, später. Oh, Mann. Ohne unser Team, ey. Also ohne mein Team ist es zu komisch, ey. Soll ich mal dann die Trainer hier schnell fertig? Der hat nur in den Kader zwei Stück, Level 6. Sollte, sollte ein Klack sein. Hast du ihn schon besiegt? Oh, okay. So. Ein Wumpel, Level 6? Schmeiße ich meins weg und fang das? Dann habe ich zwei Level gespart, ey. Ich habe auch so den Doppel-Team gemacht. Naja. Warte mal, du bist noch da oben? Kämpfst noch? Warte mal, ich gehe mal kurz runter und gucke mal, ob es da noch ein Weg ist, rechts lang. Oh, auf jeden Fall gibt es hier Pilze. Definitiv geile Pilze. Oh, ich bin vor dem Pilze, ey. You found a potion. Alter, ich finde hier auch immer die versteckten Sachen. Ach, da waren wir schon. Dann gehen wir einfach wieder zurück. Ein Silkon. Alter, krass. Kenne ich gar nicht. Doch, das kenne ich schon. Wo kommen wir beim ersten Poké bei den Funken? Das wäre nämlich super. Zwei, drei. Alter. Hartnäckig. Harden. Das soll er mal machen, denn wenn ich ihn jetzt angreife, kann es sein, dass ich ihn vielleicht One hätte. Da soll er jetzt nicht mal ein bisschen verhärten. Dann mache ich nicht so viel Schaden. Bist du unten weitergegangen oder bist du noch umgegangen? Unten geht es nicht weiter. Also bist du noch umgegangen? Jo. Ich mache mal Byte. Mal gucken, wie viel er abzieht. Ich hoffe, er nicht zu viel. Ich hoffe, er ist jetzt zweitmal. Zwei Hartnäckig. Gut, perfekt. Okay, er kann sich nicht mehr bewegen. Werfen den Poké bei? Ich komme gleich wieder hochgelaufen zu dir. Ja, ich bin schon. Schön. Geht bald. Oh, der verschickte B-Roll. Ja. 2, 2, 3, 4, 5. Jawohl, wir haben ihn. Silikon ist unser. So, schnell weg jetzt. Wieder nach oben zum Mutze. Der ist schon wieder ganz einsam. Eine versteckte Beere hast du gefunden. Du wirst du eigentlich auch finden. Es war natürlich eine versteckte Beere, die ich hier finden sollte. Ach, Herr Wofür mit. Dann findest du wieder nicht. Bist du schon weitergelaufen im nächsten Gebiet? Ich bin schon im Beid. Äh, aus dem Beid draußen. Ey, weißt du? Haut er einfach ab. Unglaublich. So. Ich habe eine versteckte Beere gefunden. War das die? Nice. Ich bin ein Spürhund Nummer 1, ey. Pokémon? Oh, gibt's nicht nur noch. Was ist denn Pokémon? Nee. Buffy, nee, warte, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Ach, nicht reinrennen. Wir gehen erstmal hier hoch. Aber das gibt's denn hier für Pokémon, ey. Alter, hier gibt's. Einmal reinrennen. Oh, Pokéball. Oh, geil. Masterball, glaube ich. Hier, ist ein Superpäuschen versteckt. Hast du gesehen? Ich bin grad am Kampf. Oh, ey. Sag mal, du kämpfst auch noch. Ja, trainieren halt. Tja. Machen wir offscreen, ey. Jetzt rennen wir durch zum nächsten Trainer, kriegen auf die Schnute und dann müssen wir erstmal wieder gucken, wie wir klarkommen. Ach, das war ein Joto im Kampf. Hast du gefunden, Superpäuschen? Jo. Alter, weißt du, durch dieses Event, diese Event-Quest, dieses Sommer-Dings, muss ich immer klicken, das ist so komisch. Weil ich hab da übergeklickt, weil ich hab so viele Atems da rausgefunden. Ne, du rätst einfach durch? Ja, ich hab bestimmt besiegt. Ey, sag mal, wie darfst du machen das zusammen? Ja, okay, nochmal. Sag, ich bin jetzt im Kampf. Ah, ich, 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 ich halt mich, ich halt mich hier am Tisch fest, weil vor Lachen rolle ich sonst weg. Okay, ich besiegt, war ganz leicht, war ganz, ganz leicht. So, ja, ja, was haben wir hier für ein Schild? Ah, Trainer-Tipps, ja, ja, Sarion ist der Beste, Team Z, join the Crew, good, nice. Was, was wir noch nicht besiegt? Schlecht. Ja, aber das solltest du endlich schon gesehen haben. Welches, Lothat? Ja, ja, hab ich schon längst, hab ich sogar auch gefangen. Oh, Absorber, das ist nicht gut. Was, Lothat? Absorber? Ja. Achso, Knilz, Knilz muss ich auch noch fangen. Ah, Knilz, hab ich, ich bin ja schon bei Knilz, dazu hab ich den jetzt auch schon besiegt. Und, Bogdan was Paralized, ah, super, nice, gefällt mir, voll, gar nicht. Hast du auch einen Kine Wurm? Wurm, ja, ja. Hm? Ja, will ich nicht. Was macht Schaden? Ich hab, äh, ganze Zeit, äh, aber es macht ja gar nichts. Ach, ne, nicht schön, der Trainer mit dauernd Kaperdor, ey. Weißt du, die geben so wenig Abwahrungspunkte. Ich wette, der Trainer gibt auch kaum Geld. Und dann auch noch so viele, ne? Das ist wieder so, so eine Sache. Scheiße, auch nicht so. Warte, macht Rage eigentlich Damage? Jo. Na komm, schon, mach jetzt hier nicht her. Oder? Uh, er wechselt mal. Febers. Nice. Was, voll paralysiert? Was? Achso, ich war schon vorher paralysiert. So, Febers ist auch besiegt. Jetzt kommt noch ein Febers. Also, wenn du nicht einen langen Kampf haben möchtest, dann lass ihn aus. Der hat drei Kaperdor und drei Febers. Oh, der hat ein Breezil, hat der. Keine Ahnung, dass er ein Pokémon ist, aber... Oh, das ist so der Rettungsring um den Hals oder so. Ich hab schon mal gesehen. Jetzt wird das lange, lange, länger dauern. Ich hab nämlich Fiffen auf Level 3. Das ist, das ist, das ist total mein schlechtes Pokémon und ich schaffte keinen Kaperdorfer zu besiegen. Schafft das nicht, oder was? Doch schon, aber nicht stauert. Also kein One-Hit. Okay, das ist natürlich sehr doof. Wir sehen uns denn, ja, ich geh schon mal weiter. Tschüss, bitte schon mal. Ich bin schon, ich bin schon fast fertig mit Höhen. Oh, hier sind noch Bären. 3W4. Ja, geht mal her, die Bären, Alter. Bären kann ich immer gebrauchen. Was ist denn hier noch mal mit? Hm? Ein Critical. Oh. Warte mal, jetzt. Das ist Level 5. Oh, ein Kaperdorfer Level 6. Okay. Äh, was ist denn hier? Gibt's hier irgendwas? Ach, bin ich hier. Ah, ich verstehe. Ein versteckter Pokéball. Hier vorne ab. Ein versteckter Pokéball mit einem versteckten Pokéball drin. Ein GuideBob, der verstärkt den Pokémon-Markt. Den muss ich mir mal vorknüpfen. Ach, ja. Hast du die Hals schon besiegt, alle? Äh. Jetzt bin ich bei dir. Geh über aus. Nice. Ich quatsch mit dem GuideBob bei mir. Oh, ein neuen Trainer. Ich weiß nicht, dass ich dir meine Ultimate Extreme-Neue-Trainer-Guide präsentiere. Erstens, wir sprechen über Pokéball. Du wieder. Ich versuche, mein Geld, Geld und so weiter zu bekommen. Ich bin ein bisschen externe Gifte. Hier bin ich als User. Ich bin 5 Pokéball, 5 Pokéball, 5 Pokéball und 10.000... Boah, Alter. Entschuldigung, ich weiß nicht, dass ich das Ultimate-Runner-Schämst. Wieder. Alter, ich habe gerade 5 Pokéball, 5 Pokéball und 10.000 Pokéball geschenkt bekommen. Cool. Ja, richtig nice, oder? Gebe ich gleich aus, ey. Ah, ich nehme mal 2. Na klar. Was geht klar? Ich, das Fiffchen auch zu trainieren. Läuft bei dir also, ja? Ja, das könnte es aber zum Problem werden, schätze ich. Gegen Beuzel? Ja, aber es sind beide, also mein Fiffchen hat es auch auf Level 7. Ja. Muss man in einen Trank rein. Alter, hier ist nice, schöne Stadt. Auch, wie ihr seht, mehr Leute sind auf jeden Fall jetzt hier drauf. Also jetzt sehen wir es öfters. Das gefällt mir schon. Das finde ich schon ganz toll so. Hier ist Chappie. Er sieht mir aus wie Gary. Kann ich hier bleiben? Okay, so was are you waiting for? Was? Chappie, you splash? Er hat mich getraut. Er hat mich getraut. Er hat einen Splash ist doch Platscher, ne? Ja. Ich habe hier, er hat mich weggeplatscht aus dem Haus. Warte mal kurz. Standardmäßig gehen wir mal in die Gebäude rein. Und will ein bisschen rum hier. Mal gucken, was wir alles finden können. Aber, scheint nicht so zu sein. Schade eigentlich. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Der 8. Uh, gut. Mr. Ping. Hier kannst du den Ping überprüfen. Deine Stahl. My son Pooh has been Kung Fu expert. So. Okay, machen wir nach oben. In den Pokémon Center rein. Was heißt das für ein hohes Haus hier? Elder Will... Weijaya. Wo are you? What are you doing here? Ich weiß nicht, ich wollte dich nur ausprobieren. Aber das ist kein Problem. Expert Bell Pooh. Alter, da ist ein Pooh. Da ist ein Pooh, Alter. Da ist ein Pooh. Warte mal, come from, ist dringend, ist hochgelevered. Jeder einfach. Weijaya. Wo ist eigentlich ein Pooh? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ist ein Pooh. Ich finde nicht in der Sonne. Wo ist ich heute? Sure. Was geht denn? Das erste, das ist ja das zweite Mal, dass ich das erlebe, dass du einfach so in eine... in eine Arena reingehen kannst ohne irgendeine Fortplätze zu machen. Meinst du bei mir gerade? Hier. Hier bei der Arena. Ach, kommst du rein oder was? Einfach so, ohne irgendeine Quest vorher zu machen. Kein Bodyguard vor der Tür, ja? Nein. Ich muss jetzt mal drei Rollen suchen und ihnen geben. Was sind denn die Pokémon-Arena, Alter? Ich bin die auch nicht. Alter, das sind das hier für Häuser. Mrs. Agia, Mrs. Brio. Ich habe auch ein Bike. Ein schönes sogar. Natürlich mal weiß der Friatlet. So, quatschen wir die auch nochmal aus Prinzipien an. Oh, das Handelmann-Bike. Das Handelmann-Bike. Aha. Wieder drei Stockwerke. Nein, Gott sei Dank. Meinst du, die Rinder packen wir? Nein. Ja, dann wollen wir anfangen. Wollen wir rein? Rinde. Alter, warte doch mal. Alter, den Typen vom Möbel finde ich ihn sehr. Boah. Gibt es das vier Level? Oh nix, ey. Oh nix. Gucken wir, wer das ist. Ja. Schön für dich. Alter, was ist denn das für eine Arena? Gibt es hier auch wilde Pokémon? Es gibt hier keine wilden Pokémon? Nein. Okay, war das gerade vor der Rest stand? Entschuldigung, die müssen auch schon battle. Ja, war rechts. Uh, drei Level. Wir haben won't battle. Broke Cosplay. Welches Level ist denn Hydropie? Äh, 14. Alter, der Quartier in eine Stunde. Oh, er hält uns sturdy, ey. A critical. Wie hat er denn sturdy? Bei mir hat er kein sturdy gehabt. Hast du ihn ein- oder zweimal getroffen? Einmal. Bei mir hat er sturdy. Hat er kein sturdy Auge gehabt. Weil ich auch stärker bin. Jetzt kommt noch ein Onyx. Ach man. Egal, wir haben noch Meryl. Meryl. Oh, Alter, das packe ich jetzt nicht. Warte, Meryl müsste es eigentlich schaffen. Äh, Water Gun. Rock Dump. Tump. Oh gut, der hat es ausgehalten. Ah, super effektiv. Rock Dump. Ah. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn ich jetzt, warte mal, ich will mal was testen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn ich ihn jetzt aber hochheilen sollte, dann müsste er, da tut er sich am Leben sein, müsste er Erfahrungspunkte bekommen von Onyx, die er, wenn er besiegt ist, oder? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, ich teste es mal. Ich weiß nicht, ich teste es einfach mal. Wenn ich es nicht teste, kann ich es nicht wissen. So, Onyx jetzt Trump und das Ding ist hier ein. Schön. Ich mache mal ein Byter hier, ein Bit. Byte. Na komm schon. So, es besiegt. Kriegt er noch, kriegt er noch Erfahrungspunkte, ja. Kriegt noch Erfahrungspunkte denn? Okay. Ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich muss auch kurz noch mal in die Pokémon Arena, äh, in den Pokémon Center. So, ich bin fertig. Ach, schon Arena hat er besiegt? So. Ernsthaft? Hat er aber auf sich. Ey, Junge, du rennst hier durch, ey. Jetzt hat das eigentlich, ey. Er hat es doch gesagt. Wir rennen durch und werden oft mit trainieren. Das habe ich gerade nicht gemacht. Ja, ja. Ein bisschen mit der Gegend angucken hier, kannst du auch immer machen. Mann, 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 ey. Er ist Kokoschmerz, wenn der Gegend angucken soll, wenn du ihn noch kennst. Na ja. Oh, ich habe 50.000, äh, äh, Pokodollar gefunden. Best Charmander, der hat ein Flammy-Kostüm an. Roxana, alles klar, was bist du für ein Vieh? Äh, ah, ist hier so eine helle Fahrt, ein Rock-Typ, Gymlader, Roxana. Okay, das war's schon. Held-on-Steady, hat er bei dir auch Steady gehabt? Ja, Kleinstein oder dieses... Kleinstein. Bei mir hatte keiner, außer... Das ist auch eine Onyx. Ich glaube, keiner bei mir hatte Steady. Warum habe ich den Steady? Nosepass, was ist das für ein Vieh, ey? Schnupfen hat, ja. Das war halt so eine rote Nase. Hast du ihn mit Hitrupi besiegt alleine? Äh, ey. Okay, würde ich schon sagen, weil der ganz schön Damage macht, ne? Ich glaube, ein Mermerele W6 packt den nicht. Ja, hab ich... Ich hab jetzt... Als meine Gruppe besiegt, also wollte ich zwar hier in anderem noch mal in den Schocken geben, weil wir alle, wohnen einfach... Ja, einfach alle, wohnen nicht besiegt. Wie hast du ihn dann besiegt denn? Kein Form oder was? Kein Form, ja. Auch mein letztes Pokémon. Weil ich wollte ja jeden anderen ist mal ne Chance geben. Sonst hätte ich sofort Kindform reingesetzt. Hm... Aber wir brauchen die Erfahrungspunkte. Revive kriegen wir später bestimmt irgendwann wieder. Oder wo ist ne Revive? Hm, ah ne, scheiß mal drauf. Wir haben auch zwei Revive. Und wann die Frage wieder kommt, haben wir das kriegen? Das ist so die Sache. Rockthrow. So. Besiegt. Level 17. Nice, nice. Er kennt Pum oder wer? Stonebatch. Jo, Level 17. Ja, er kennt Pum. So, kurz ins Pokémon Center. Äh, ist das Pokémon Center hin? Ach da. Ja, stimmt. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen kleinen Cut, oder? Wir wollen jetzt hier kurz zu Wolken nutzen, aber wir haben keine Zeit gehabt, weil wie die Uhrzeit hier ausschaut, ne, haben wir ja wirklich, ähm... Ja, wenig Zeit jetzt noch, weil wir arbeiten uns... 4,20 cm, ja, ist klar. Äh, maybe schon in den Topen nutzt du... Hm? Ich kann nicht weiter. Hm? Wo bist du denn? Ach so, ich... Ach, hast du mit dem Typen hier unten gequatscht? Da oben? Warte mal. Ja, das ist noch ein Freak, da unten, wo du bist. Wo du bist? Ach, hier bist du. Ach, jetzt komm ich weiter. Alles klar, gut, dann stellen wir uns hier hin. So, kommst du her, komm, komm, ran auf den Meter. So, epischer Regen. Und wir sagen erstmal hier, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Pokémon Revolution Online. Warte mal, noch ne Emotion. Noch ne Emotion. Also, bis dann, die denn. Tschüss. Tschüss.